Der hofft gerade auf Schuhgröße 36. 35, Kappa, weißt du doch. Alhamdulillah stehen wir nicht auf Füße, sondern nur auf normale Sachen. Alhamdulillah. Alla, ehrlich, Alter. Äh, wie alt bist du? Woher kommst du? Was machst du geruflich, die Dame? 28, ich komme aus Berlin. Und bei der anderen Frage hapert's, ne? Ne, eigentlich nicht. Was machst du geruflich? Ich hab äh, Krankenschwester gelernt, ich bin eigentlich Intensivkrankenschwester, aber ich hab geswitcht jetzt. In welche Branche dann? Cam, Webcam. Webcam? Ja. Was heißt das? Ich bin Camgirl. Camgirl. Was ist denn Camgirl? Camgirl. Kennt ihr? Das kann ich uns hier nicht sagen. Natürlich kannst du das sagen, wenn du weißt, wie du zu reden hast, kannst du alles sagen, was du willst. Was ist eigentlich Camgirl? Durch die Blume kannst du sagen. Leute, ich hab den perfekten Mann für sie. Ich bin auf einem Portal online. Hey Sweetie. Und da bezahlen mir Männer Geld dafür, dass ich mich halt vor der Kamera... Astlan. Sweetie. Ey, wie? Was? Wer bist du, Bruder? El Biden? Johnson, ich küsse dein Herz. Habibi Johnson. Sweetie, ich hab den perfekten Mann für dich. Wen denn? Abo Assmann. Weil der aussieht genau wie du, Roboter, richtig langsam. Du und der passt zusammen. Dankeschön. Ich hole dich mit Abo Assmann live, weil du redest auch so. Also ich bin Cam und Erwin. Langsam. Alle zusammen. Alle zusammen. Alle zusammen. Alle zusammen. Abo Assmann, bester Paar. 2024. Immer auf meinem Twitter, da siehst du meine Webseite. Hast du diese eine Seite, oder was? Diese eine Seite, dessen Namen nicht man sagen darf. Nee, die hab ich nicht. El Biden. Aber ist das nicht sinnvoller, dass du diese... Du bist dann sag ich mal mit so einem Mann einfach live. Was? Ja. Und was machst du da? Naja, ich zieh mich aus. Guck mal, so einfach, als ob nichts wäre. Naja, ich zieh mich aus. Naja, normal. Normal ist das aber nicht, die Dame. Abus. Ganz schön. Normal ist das echt nicht. Genauso Abus. Du machst das so einfach so, ist egal. Ja. Okay. Und weiß das einer von deiner Familie? Ja. Wer denn? Meine ganze Familie weiß das. Und was sagen die dazu? Ja, die finden das nicht geil, aber es ist halt so. Okay. Ja. Aber du machst nicht so... Also du lässt sie nicht geben oder so, was? Ja. Nein. Ich treffe mich nicht mit Leuten. Würdest du privat? Nein. Ich treffe mich auch nicht privat mit Leuten. Ohne Geld. Super. Ein Happy Meal mit Happy Meal. Super, Bruder. Und wie viel zahlen die dann, Sweetie? Viel, ja. Also es gibt ja dann immer so Minuten, ne? So eine halbe Stunde, eine Stunde und so, ne? Ja, genau. Kennt sich aber ziemlich gut aus, ne? Pro Minute sind es ein paar Cent, aber die kaufen dann noch so was wie, dass die mich nicht hören und so und noch andere Sachen. Krass. Varela, hast du schon mal sowas gebucht? Sehr ehrlich. Online-Coaching? Online-Coaching? Ich weiß mal, wie man sowas bucht.